Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 20. Juli 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1044 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Huawei P50, Pegasus, Fake Reviews, Zoom und Stadia. Ich beginne gleich beim ersten Thema und das war das nochmals. Genau, das Huawei P50. Eigentlich hätte man es, wie üblich, im Frühjahr erwartet. Man weiss aber ja, dass Huawei aktuell am Kämpfen ist mit den lieben Staaten und somit hat sich alles ein bisschen verzögert. Und somit wurde am letzten Event von Huawei, dem Harmony OS Event, auch nur ganz kurz ein kleiner Teaser in Richtung P50 geschickt mit einem kleinen Foto. Was übrigens sehr, sehr spannend ausschaut mit diesen riesen Kamerarunden Knubbels hinten drauf. Und ja, jetzt ist es soweit. Es wurde bestätigt vom CEO Richard Yu, dass am 29. Juli das neue Gerät vorgestellt wird. Zu Ortszeit 19.30 Uhr, also unsere Ortszeit. Das Ding ist aber, das wird mal in China vorgestellt. Ob es dann auch für den europäischen Bereich direkt dann schon vorgestellt und gezeigt wird, das wird sich noch zeigen müssen. Oder ob das da erst ein bisschen verzögert kommt und oder ob es überhaupt nicht kommen wird, das werden wir auf jeden Fall sehen. Zumindest in China hat Huawei noch einen schönen Marktanteil, nämlich 15% sind es da. Direkt hinter Oppo mit 23% und Vivo mit 24%, also auf der dritten Stelle. Jetzt dürfen wir natürlich gespannt sein und mal schauen, was da alles gezeigt wird. Bis zum 29. geht es nicht mehr so lange, dann wissen wir mehr. Obwohl, einige der Technik-News oder der technischen Specs etc. sind ja leider eh schon verraten. Weiter geht es mit Pegasus, was ist das? Eine Spionagesoftware, nämlich eine sehr, sehr unschöne. Die wird eigentlich, kommt aus Israel, genau, aber wird eigentlich verwendet von Staaten und Verfolgungsbehörden, wie heisst das, Polizei etc., um böse Menschen auszusortieren, da zu schauen, was die so treiben etc. Funktioniert relativ einfach, via SMS, iMessage, WhatsApp etc. Kommt ein Link zu dir, du klickst drauf und dann hat derjenige, der dir den Link geschickt hat, Zugang auf deine SMS, auf deine E-Mails, WhatsApp-Chats, auf deine Fotos, Videos. Er kann dein Mikrofon im Gerät aktivieren, er kann die Kamera aktivieren, er kann Calls aufzeichnen, also Anrufe. Er weiss, wo du bist, dank GPS, hat Zugriff auf deinen Kalender, weiss wo also du auch zukünftig bist und hat Zugriff auf dein Kontaktbuch. Leider aber wurde die Software missbraucht, wie, was, wo und wenn, das ist noch nicht ganz klar. Was klar ist, dass ein Datensatz besteht, in dem 50.000 Journalisten und andere Menschen der Öffentlichkeit drin sind, Anwälte, Politiker etc. Das ist natürlich ziemlich was Unschönes. Der Hersteller hinter der Software, die NSO Group, sagt selber, das sei nicht ganz so wild, weil nur weil die Telefonnummer da in der Liste ist, heisst es nicht, dass die Person schon gehackt oder ausspioniert wurde. Aber ich finde das sehr, sehr bedenklich und sehr, sehr unschön. Und das zeigt wieder mal Hintertürchen in einem Gerät, in einer Software oder in einem Betriebssystem. Windows zum Beispiel, das sind keine guten Ideen und davon sollten wir ganz, ganz stark Abstand nehmen. Und ich hoffe, dass unter anderem Apple und Google und Microsoft und all die anderen Buden sehr, sehr schnell die Lücken schliessen können, welche Pegasus hier ausnutzt. Dann kommen wir gleich zu eben genannten Apple, nämlich die haben eine App aus dem App Store gelöscht. Passiert regelmässig und auch teilweise in grösseren Zahlen, wenn Dinge auftauchen, die nicht da sein dürften. Zum einen, weil sie gegen Regeln verstoßen. Zum anderen, weil sie Dinge tun, die sie nicht sollten. Böses tun zum Beispiel. Gutes tut aber eine App, die nennt sich FakeSpot. Denn die hilft euch bei Amazon, Fake-Bewertungen anzuzeigen. Und von denen gibt es leider sehr viele. Das Unschöne ist ja, Firmen können sich auf dem Launch von einem Produkt da schon Meinung erkaufen. Das heisst, die Benutzer bekommen dann Geräte zugestellt oder Produkte generell und erstellen nachher wohlgemeinte Reviews dazu. Und somit denkt ihr immer gleich, wenn ihr ein neues Produkt seht, oh, das hat ja viele schöne Bewertungen. Und genau gegen solche und eben auch andere Gekaufte. Ich bekomme regelmässig im Tag mehrfach dieses Angebot, das Gadget und das Gadget mir zuzustellen. Und damit als Gegenzug müsste ich nur ein Amazon-Review schreiben. Da nehme ich grossen Abstand von. Aber ich weiss, dass da ganz viele mitmachen. Und leider viel zu viele. Und leider wurde die App jetzt entfernt. Warum? Apple hat gesagt, dass sie anfangs Juli die Entwickler kontaktiert haben und ihnen gesagt haben, dass sie das, das und das ändern müssen, damit das Ganze noch im Store bleiben könne. Der Entwickler ist dem leider nicht nachgekommen oder konnte nicht. Man weiss nicht genau, an was das gelegen hat. Aber man geht davon aus, dass es Dinge sind, wie eben Amazon sagt, man darf nicht eine Webseite aufbauen, die ausschaut wie Amazon. Und die App muss natürlich einigermassen ausschauen, wie Amazon, sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Und das sind natürlich unschöne Geschichten. Wer es trotzdem nutzen möchte, die App gibt es noch unter Android als Firefox und als Chrome-Plugin zum Installieren. Unbedingt anschauen, wer in diesem unschönen Shop einkauft. Der war jetzt böse, aber leider ja. Genau, Zoom, die Kommunikationssoftware, mit der ihr sicherlich im letzten Jahr ganz, ganz viele Calls abgehalten habt, die hat 14,7 Milliarden US-Dollar, nee, nicht verdient, sondern ausgegeben. Sie haben sich nämlich Five9 gekrallt. Was ist Five9? Five9 ist ein sogenannter CCAAS, das ist ein Contact Center as a Service Lösung. Einfach gesagt, ist es die Schnittstelle zwischen einem Unternehmen und einem Kunden, um das Ganze einfacher zu gestalten, dass ein Kunde einfach in der Firma anrufen kann und dann bei Zoom rauskommt. Zoom arbeitet schon seit Längerem mit diesem Hersteller zusammen oder mit diesem Anbieter zusammen. Jetzt haben sie sie übernommen, nicht für bares Geld, sondern für Aktienanteile und das Ganze soll bis Anfang 2022 durchgegangen sein, Mitte 2022. Dürfen wir mal gespannt sein, aber ich glaube, das könnte sicherlich klappen. Dann gibt Google Stadia nochmals richtig Gas oder versucht es zumindest und posaunt es auch richtig laut hinaus. Man gibt den Entwicklern mehr Geld und zwar 70% der Einnahmen gehen jetzt neu direkt in all die Spiele, die aktuell bei Stadia Pro gelistet sind und für die Pro-Nutzer kostenlos zum Spielen sind. Definitiv nicht ein verkehrter Anreiz. Ob das aber genügt, um möglichst schnell noch viel mehr Spiele da rein zu bekommen, das wage ich zu bezweifeln. Hat aber damals ja, unter anderem hat ja Microsoft mit der Xbox auch ähnliche Spielchen gemacht. Also über Geld kann man das Ganze schon bewegen. Man muss es aber wollen und auch richtig Geld reinbuttern. Und ob das genügt, das werden wir sehen. Ich würde es schade finden, denn ich finde die Möglichkeit, die Stadia bietet und mittlerweile ja auf allen Plattformen möglich ist, eine sehr, sehr schicke Geschichte. Auch wenn für mich der Xbox Game Pass, oder wie der genau heisst, halt doch das totschlagende Argument ist, weil das ist mittlerweile so ein Riesending. Aber ja, mal schauen. Wer von euch ist bei Stadia unterwegs? Gerne mal über die Kommentare oder über Social Media anschreiben. Würde mich freuen, manchmal mit euch ein bisschen auszutauschen. Ja, das war es mit den heutigen Neuigkeiten, die ich so hatte. Ich hoffe, es war ein bisschen was für euch mit dabei. Euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Start in den aktuellen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, bis bald. Euer Poughkepsy. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Vielen Dank.